so leute musste ich musste jetzt metz hier hinschicken weil ich habe kein schrott mehr ich bin wirklich komplett auf null weil ich zwei fehldinger hatte halt auch ein wunder dass dieser schiff nicht darauf gegangen ist aber wir legen jetzt los ich kann das universum durch meine ozeln fühlen ich habe die waffen noch gar nicht ausgestattet mit kann ich hier geben hatte ich informationen über diesen spaß hier das gebiet nicht nur das andere wir können ja hier vor dem fuhren und gucken was uns erwartet hast du in zeit ich kann hart zu sehen ich denke ich kann das man von behalte wir können erst mal abbrechen waffen Kalini. Nachladen. Ich lasse jetzt mal die Metro einfach rein. Entladen. Moment mal, wie bist denn du da hochgekommen? Ah, jetzt geht's. As silent as a spirit in the woods. I shall not make a noise. My babusia thought he'd run this way. Wahnsinn. As silent as a spirit in the woods. So, jetzt bleibt's mal da oben. Mir schon mit. Wir tun nachher sammeln, ja. Das machen wir nachher. Okay. Moving quietly. Going still undetected. Sneaking up on this god's walls. Dann kommt die Bekannte da rein, oder? Sehr schön. So, die nächste Phase, wo ich jetzt mehr Stelle ist. Tiefen. Ready. Moving. Quiet. Okay. Moving. We can use this. When I was little, I was hiding from everyone. 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 No, they're everywhere. Okay. Oh, Tiefen. Ist der Nebel, ja. Dann noch die Sicht. Oh, shit. Okay. Sehr gut, die gehen auseinander. Ah, die zwei gehen zusammen. I sneak kill now. You want me to hide? I completely brought the wrong outfit. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Hopefully I can do this quick and clean. They'll never see me, which is kind of a shame, frankly. Gonna do this quietly. They won't see me until it's too late. Let's go. Still undetected. Moving quietly. What? Quiet. Okay. Okay. Quiet. 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 Oha! Hast du jetzt geschossen? Nee. Boah, ich wollte weiter sagen, der hat geschossen. Nee, hier oben hab ich kein Ziel mehr. Ich denke, ich kann das von drüben machen. Okay, er hat noch keinen Alarm geschlagen. Ich muss ihn aber kriegen. Oh, Leck, ich kenne den nicht. Oh, shit. Was ist in deiner Meinung? Ich hab fast mit ner Pfeilchen geschossen. Okay. Oh. 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 As silent as a spirit in the woods. Der dreht sich um, der dreht sich gar nicht um, das ist echt ein Problem. Babusia habe mir gedacht, dass ich auf dem Weg gehen kann. Das ist eine gute Überraschung von hier. This will surprise them. I shall not make a noise. The villain won't see this coming. The assertive type, eh? I like that. I think we will get caught. Don't tease me. This won't hurt a bit. Well, it won't hurt me anyway. Oh, that's crazy. Why? Kopfschuss plus 80. Kevlarhelm minus 40. Arme. Warum kriege ich jetzt so ein Hohesergebnis? Fuck. We are under attack. This is not a drill. I repeat. This is not a drill. Hm? Got a clear shot here. No. No. Der pennt noch. Der pennt noch. Die muss aber auch jetzt sitzen. Der pennt noch. Yes! Okay. Die zwei werden wir nicht so einfach lautlos kriegen Frage, wo ich mir jetzt stelle, ist Komme ich hier irgendwie hoch? Natürlich Hm, wir könnten da hinten rumgehen Ich werde nicht ein Geräusch machen Du möchtest mich einfach schlafen Weg, 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 weg So silenzig wie ein Spirit in der Welt Boah, irgendwas hat mich da gesehen, aber was? Was hat mich da gesehen? Oder wer, oder wie? Was hat mich da gesehen? Was hat mich da gesehen? Ist hier hinten noch einer? They won't see me until it's too late Ne, jetzt nicht I think I see something over there Hört doch aus so zu schreien wie Sneaking up on the Skarswads Found the Skarswads Alter, da ist echt noch einer Yes? Das heißt, dann hast du mich gesehen Of course When I was lethal, I would hide for everyone What's on your mind? Anything for you I shall not speak in voice Don't tease me I could do this blindfolded and tied up Fuck yes Alert! Man, your station! Warum wechseln die immer meinen Charakter da hin und her? I'll do my best I'll do my best Quiet and deadly as the Clay They won't see me They won't see me until it's too late I'll see them before they see me Sneaking up on the Skarswads The assertive type, eh? Okay, I like that Gonna do this quiet and clean Quiet and deadly as the Clay I shall not make a noise Making myself invisible Vanita Rock, ne? They won't see me until it's too late As silent as a spirit in the woods As silent as a spirit in the woods What's on your mind? I shall not make a noise Quiet and deadly as the Plague Yes? You got it I wonder what secrets this is hiding You just like watching me walk? Irgendwas habe ich da gesehen Und ich weiß aber nicht was das jetzt schon wieder war Quiet and deadly as the Clay Sneaking up on the Skarswads Was ist das Licht? Moment Was ist das Licht? Moment Das nicht drüben Ja Oh, ich bin doch rausgegangen Oh, ich bin doch rausgegangen, du Hallo Na toll Ah Oh, ich bin doch Scheiße Ah Scheiße Jetzt sitzt ich hier aber voll auf dem sertifizierten Ready for our fights Copy that I sneak kill now. I cannot promise this shot. I will try to become hard to see. Moving, as of this moment. Yes, we need to be careful at position before acting. Moving. Hmm, 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 hmm. Aiming. Man down! Look out! What's on your mind? I'll do my best. What's on your mind? Oh, that's not a problem. Oh, that's not a problem. Oh, that's a problem. Oh, oh, yeah. Oh, no, that's a problem. Oh, that's a problem. die ist gedeckt er ist gedeckt ja ich müsste dahin geht aber nicht kann ja auch nicht hin die frage hat er die sicht darauf okay ein bisschen deckung habe ich ja dann ja ein bisschen deckung habe ich ja er weiß wo ich bin oder der leute mit in die schüsseln und man richtig reiten das kalt und was wir da hinten haben guck mal ob das geht 97 prozent jetzt sehe ich das problem die anzeige findet sehe ich hier gar nicht die anzeige ist hier weg okay die anzeige ist hier irgendwie ein bisschen weg keine ahnung warum auch immer ist ja das kann ich nicht machen die offen präsentierteller aber richtig ja 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 baeri und ja 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 Wir machen es einfach mal, gucken mal, was ich da brauche, jetzt kommt. Ne, geht in Deckung. Gelegenheit. Ich muss mir den Schaf schützen. Erstmal hierhin. Ist der da hinten runtergegangen? Kein Problem. Ah, finde ich gerade der beste Weg, ne? Du kommst dir halt auch nicht hoch, zum Kotzen. Okay, wir versuchen es. Geh bereit, sie sind hier. Scheiße, wer ist da? Ja, ich hab's gefürchtet. Kann nichts machen, ne? Das könnte jetzt wehtun. Er hat da hinten keine Schusslinie. Der da drin, der wird jetzt auch andere Probleme haben. Aber der da hinten noch muss ich sagen. Tja, ja, das ist praktisch gut gewesen, das Ganze, komm mal. Ja, einen Schuss kann er machen. Zwei Stück, oh, oh, oh. Oh, shit. Die ist gut in Deckung. Was, was ist denn das? Oh, leck mich doch. Du wirst mich doch verarschen spielen. Ein scheiß Dreckskrokodil. Du willst mich doch jetzt verarschen. Oh, ver-fuckte Scheiße. Perfekt. Kreck, Alter. Ein Krokodil. Wer von euch setzt sich hier in this leash? Das bist du. Das wird ein bisschen verarschen. Well, es wird mir aber auch nicht verarschen. Nee, warte, wer ist denn das jetzt von denen? Ich kann das blindfoldet und tiefer. Du bist es nicht. Du bist es. Oh, bitte, triff. Ein Scheiß-Krokodil kam da gerade. Ich könnte... Ready für eine Kampf. Nein, ich könnte... Alter Schwede, ein Scheiß-Dreckskrokodil. Ja, Alter, mit 30%. Also, Platzwaffe ist so böse geworden. Das ist Wahnsinn. So, hier haben wir zwei Kaliber. Yes? Aiming. Komm, komm, komm. Kutz, kutz. Yes! Of course the battle is going good. We are true heroes that will vanquish all evildoers. Battle is over for now, but there are still enemies around. Come on. Say German. Alter, ein Krokodil. Ich hab... Hab doch eine Weile gedacht, ich sehe... Hm? Moment mal, irgendwas da ist hier noch. Warum blink ich? Hallo? Ja, hier steht Gefahr. Das sehe ich auch. Ist da oben noch einer? No sweat. Ach nee, wegen dem Licht, oder was? Okay, das ist jetzt seltsam. Äh, komm mal runter. Ich versuche mal das Ding von unten zu... ...erledigen. Oh, der ist hier doch noch was anderes. Ne. Was ist in deinem Mind? Hm? We're moving. Nö, ich kann's nicht vernichten. Das blinkt immer noch. Yes? Let's get moving. Darf ich mal was gucken? Ne, das Ding ist unter unsere Kontrolle. Let's take a walk. Ah, warum blinkt das? You got it. Wir gucken mal gleich. Vielleicht kann man das irgendwo abschalten. So, ich würd sagen, alle mal hierher. So, ich würd sagen, alle mal hierher. Objekte von unkönnenden Wert. Denn wir haben hier jemanden, das ist gut, machen wir nachher. Ah, hier oben kann man es bestimmt irgendwie ausschalten oder so. Keine Ahnung. Äh, irgendwie fehlt jemand. What? Ach so, der liegt noch. Aber super genial, ne? Gelobt. Ich würd sagen, bei dem Wetter, er liegt, wie komm ich an ihn ran. Aber ich würd sagen, die Waffe hat sich mehr ausgetaucht, weil diese Clips sind so gut, sind so gut. Yes? Let's go for a walk. If you're going to shoot me, just make it anywhere but the head. Don't kill me, your highness. I mean, I'm an idiot. I don't want to be a major anymore. Okay. Ähm, was glaubst du, wer wir sind? You are those darn mercenaries who devastated Oroko. This is not true. I only exploded what needed to be exploded. Genau, er ist Sprengmeister. Er weiß, wie das geht. And our devastating Grand Chen too, of course. That's more important to me, because I'm not from Oroko or anything. No, I am a major of the Grand Chen Army. And you'll show me some respect. Even if my own soldiers don't. Mhm. You're all too... Oh, yeah, that's how it is. Oh, did big bad mercenaries blow up your country and give you a boo-boo? Oh, want me to kiss it and make it better? Yeah, that's how it is. Yeah. Yes, but, no, but I just know about Oroko, because I watched the news on TV. I was horrified to see how viciously you defeated her highness, Didrana and her noble advisor, Elliot. Hmm, this is Elliot from Oroko, or anything like that. Alright, I confess, I am Elliot. I just... I had to go somewhere after you mercenaries killed Didrana and ruined Oroko. Hmm, hmm. Grand Chen isn't a bad place if you have some connections. As a major, I have the chance to get the respect I deserve. I mean, I'm still waiting for the respect, but... But now you mercs have to come along and ruin everything. Again! Deine Soldaten respektieren mich nicht? No, not really. But at least they fear me. And that's the same as respect, isn't it? Hmm. You are an idiot. They know, I can always throw them to the crops. Just like I did with... Oh, poor Stoney. So, was ist Stoney zugeschossen? During the opening ceremony of this croc plank, I wanted to show them what happens if they don't listen to me. It wasn't my fault. I told him. Stoney, you idiot, don't stand so close to the edge. I was just going to push him a little, just to make a show. But what I did, he slipped and the crocs ate him. Hmm. He was my only friend. Man, you are an idiot. I know, I'm an idiot. I told everyone I did it on purpose because... He was plotting against me. I feel awful, but what could I do? My soldiers would never respect me if they knew the truth. Hmm. Elliot. I know, I know, I'm an idiot. You're hiding... I mean... Uhm... Yes. Uhm... Sie sind nicht der Major. True, but the real Major is far away from here up in Eagles Nest in the Highlands. So what if people think I am the big scary Major? It's not hurting anyone. I know. It's not to be done. Now, now, please, your... Your mercenary! Don't shoot me! I never wanted to be bad. I just wanted some respect. Alter. Das kann ich ja nichts tun, Alter. Du hast deinen Freund etwas, oder du hast deinen Freund etwas sehr Erschreckliches angetan. Ja, ja. Mama, ich habe einen Mann töten. Oh Gott. Nein. Was? Warum würdest du... Oh, richtig. Ja, ich habe es hier, alles, was ich noch habe. Geh es. Lass mich einfach gehen. Ja, natürlich. Geil, Hermes. Wir haben unseren ersten Knastbruder. Ich kann ihn nicht umbringen. Das ist... das... 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 geht nicht. Krieg das nicht übers Herz. Das... Gott, Alter, was eine... blaue... Was geht denn hier? Ne, äh... der Befolger, der Bewerber werde senken... Oh, oh, Krokotilern. Oh, wie schön. Unbefugte werden an Krokotilern verzüttert und so. Ja. Nette Begrüße. Gut, gehen wir jetzt mal, äh, plündern. Ey, dieses scheiß Ding da, wo immer noch auf den Sack da geht, ne? Ja, wir haben ein Krimen. Sag mal, wo läuft die hier hinten? So, äh, ja, sehr schön. Steils Munition, wow. Let's move. There's some quality stuff in here. A15. Moment mal, hier haben wir eine AR15, ja? Nee. Aber ich hab jetzt ein A15. Schnell, verschwarten wir. Wir haben einen Chip bekommen. Wunderbar. Das ist so gut. Das ist so gut. Wir haben ein A15. Wir gehen. Let's move. Alle hoch. Oh, das Bluten, das wird hier sehr nervig, sehe ich gerade. Äh, hacken mit Crocs, wird, glaub ich, nicht klappen. Talena hier. Ja, bleibt da unten, das ist ne gute Idee. 500 Dollar. Ah, wir können gar nicht da hin. Yes? Wie kann ich helfen? Very. Ich will presently gehen. Äh... Öffnen. Öffnen. We have agreement. Behälter deaktivieren. Device is armed with precision. Something of great value. Leere West, äh... Schadensreduktion... äh... Ach Gott, eh... Overcover... Keine gerade zu linken. Das ist halt das Problem bei dieser Rüstung. Bei ihm ist das okay, weil er mit Granaten und sonstiges... Da kann halt schon mal was Übels in die Hose gehen. Teile. I am in movement. Hurry, du kannst dir hacken. Hallo? Kamera? Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Wo wollt ihr denn hin? Wo wollt ihr denn hin? Was machen die denn dafür, ne komische Rundreise? Wir müssen diesen Harpen hier zumachen, dann ist hier endgültig Ruhe. Ähm, okay, äh... Ja... Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Mit Serpentie. Schon wieder so ne... Äh, die Schrotik... Wow, schon wieder so ein... Ey, wow, jetzt ist aber krass. Da bin ich echt am überlegen, das schwere... Ich bin echt am überlegen, dann Burby einen Chip anzubauen. Ne, Plot, nicht Burby. Weil Plotwaffe ist richtig gut. Ja, könnte ich, wenn ich Teile hätte. Also ich habe jetzt erhöhte Genauigkeit zu ziehen und zu spüren. Und die Zielstufen. Keine Genauigkeit abzüge mehr, dass man... Eigentlich ist das Ding ohne Chip doch besser, oder? Weil... Wenn man das mal wirklich so sieht... Eigentlich schon. Okay, ähm... Ja, wir haben hier... Auf mein Weg Kann die Wichtschalter nicht ausschalten? Du hast es Da muss es halt weiter blinken Die Kamera macht gerade richtig zicken Ich weiß nicht, was das Geheimnis ist Bauteile Hier ist nichts mehr Hier ist auch nichts mehr Dann können wir jetzt hier hin Das Gemeinste war, wie plötzlich dieses Pogodile aufgebaut ist Wow, da habe ich echt gedacht, jetzt ist aber Auf mein Weg Jetzt haben wir es echt geschafft Okay Ja 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 Ich weiß nicht, wenn der Hütte, ob da noch was ist Wir gehen Das Gebiet müsste ja auch jetzt unser sein Ja Ja Gut, dann noch hier unten Ah, da oben Stimmt, da oben war auch noch was Ich weiß was Äh, da schicke ich jetzt Was ist auf deinem Geheimnis? Galina hier Ich liebe eine gute Geheimnis Ja Haben wir zwar alles, aber können wir noch mitgeben, jemanden hier? Ja 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 Entstanden Oh, ja Geld Galina hier Sehr gut, passt Ich bin mega zufrieden Klappt's Wunderbar Ähm Das ist halt die Preisfrage Wo Ne, die gehen jetzt nicht hier hin Ähm Wir gehen jetzt mal kurz hier hin Weil dann können wir das da reinpacken Das da können wir reinpacken Das da können wir reinpacken Das da können wir reinpacken Und dann können wir hier lassen Die Eisenstange Ich glaube ich brauche jetzt demnächst keine Drahtschere, weil Ich habe sie nämlich Verschrottet, damit ich meine, äh Waffe Motten kann Weil ich Tausende Fates hatte Scheiße, ey Ähm Granaten Alles gut Hat momentan noch keine hergestellt, okay Ähm 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 Hä, jetzt bin ich verwirrt, warum ist das Zeug nicht im Sektor versteckt Achso Los geht's Los geht's Los geht's Los geht's Ähm Zieherei Ähm Überreicht Ich habe jetzt erreicht die Destination Hä 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 Wo seid'n ihr Der ist doch jetzt auch da oben Achso Ja Die musste Ach War das Fünf Trupps Ja Ich glaube das kriegen die hin Wir sollten vielleicht Ne Im Hafen kann ich keine Sektor ausbilden Okay Dann, äh Schauen wir die Mokrater heilen Die sind eigentlich nur da abzudauen das abzuwehren Heidi Ich habe hier angefangen, aber nur weil das Universum auch sagt Das hier müssen wir noch Jetzt können wir auch auf den Rückblick machen I'm done Be right back I need a powder my nose Wie sieht's denn aus mit dem Schrott? Er hat jetzt Mino, das war zu erwarten Ähm, Moment die Schrott, wie sieht's da aus? Weiter Got it! Startin' right now! Okay Ja Ja, es ist nichts Aber äh das ist gut Aber äh das ist gut Also der Schrott soll man es richtig geil Da hat es richtig geil Allein schon, wenn ich mal gucke das Wie viel Munition Und auch Schrottteile der jetzt da mal hat Sollte jetzt einfach mal ein bisschen anhäufen Diamanten kann man später auch noch machen Wir sind ja später eh unten Wir sind da hoch und dann müssen wir dann eh runter Weil wir wollen ja nochmal zu unserem Auftraggelehrer, dem Boss Äh, erstmal gehst du runter Okay Okay Äh, hier bist du Du holst das mit Und dein Weg geht nach Äh, das ist ne dumme Idee Da passt auch gut Ich hier einfach mal aus Es geht eigentlich Die zwei Felder müssen wir noch machen Ja Wasser Sektoren geht ja nicht, ne? Dann würde ich sagen, haben wir noch den Sektor gerade Hab ich den Sektor auch schon? Bereit und disponibel Wie immer Ich glaub da ist der durch Ich weiß nicht, hab ich den Sektor schon Man sei denn, wie ich hier oben war Ja, das ist möglich Aber den Sektor hab ich noch nicht Weil ich bin ja hier so rum Das weiß ich Und den da unten auch nicht Okay Hallo Wir gehen mit Sicherheit Und den Sektor Und den Sektor Und den Sektor Und den Sektor Und die Sektor Und den Sektor Und den Sektor Okay, da hinten gehts weiter Ich zieh noch irgendwas Nö Okay, dann hier rüber was das gebiet jetzt noch viel schnell an müssen nicht heilen müssen gar nicht also vorerst das deutschland nur problem da fehlt uns eigentlich nur noch eine 1 fehlt uns noch dann haben wir alles you got it yes we will do was live with certainty Ich will wissen, welches Geheimnis hier ist. Wir werden das machen. Gut, das halten wir. So. Wir könnten noch die zwei Gebiete machen. Das kann man nachher auf dem Rückblick auch, aber... Weißt du was? Komm ja, man ist jetzt noch mit. All done! What's next? Wir werden jetzt beim Hooladon hergestellt. Prottsammler. Gucken wir gleich mal, was sie gemacht haben. Okay, Schießpulver. Oh, eine Linse. Und das wieder. So, dann weiter. Okay. Das. Und das. Ich weiß. Nee, hier war ich auch noch nicht. Das machen wir dann im Rückblick. Das ist ja ein Kampfleben. So. Nee. Das falsche. Ich weiß. Das falsche. Ich weiß. E-voice. Jetzt haben wir es. Mitten im. Egalo. Was? Egalo. 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 Satz auf den Farmen. Ach, da war ja was. Satz auf den Farmen. Auf einer der anderen. Das hat versteckt. Hinweis. Der Schatz ist irgendwo im Maisfeld vergraben. Stimmt. Das war hier das. Hier gibt es die Hinweise. Und da oben war auch noch. Ja. Das heißt, wir werden früher oder später eh da runter müssen. Wobei, da konnte ich dann sogar einen hinschicken. Muss wir mal gucken. Dia wird nicht sehen. Das ist ein bisschen Schaden, ganz ehrlich. Ich glaube, ich kann damit machen. Der nachziert sind. Manchmal ist es Spaß, wenn man versucht, zu zu schürzen sein. Sie werden mich nicht verletzen. Das ist ein bisschen Schaden, ganz ehrlich. ob er schneit? ja er schneit bis spät bis spät and beautiful and Vasilisa herself when I was little I would hide from everyone I will watch over our parking moving quietly moving toward destination yes I hide making myself invisible Nein! Ah, das wäre so gut gewesen oh shit back I checked gun for dirt wow, was du hingeschossen find a good position very ungern das war eine richtig dumme Idee euch hier ja, das war einfach das war einfach das war einfach dumm bumm er hat es überlebt was? aiming ach komm ich will mal nicht rum fuck ja entladen aber der Schrott ist schön das war einfach ich bin 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 heilige Scheiße heilige Scheiße ja ja hast du auch hast du auch Atenai dabei? ja fang mal an ich habe aber gedacht was knallt denn hier so wie kann ich helfen? ich habe gratitudine für medical assistance nicht ich nicht du 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 komm mal bitte da raus ja Talena hier halt ihn auch mal was ist auf der minde? du halt dich mal noch selber ey thanks man nächste time in town ja ich würde sagen wir haben gleich einen großen heiltag vor uns ja das kannst du dir nicht ausdenken was da gerade passiert ist das kannst du dir nicht ausdenken hm? wir sind auf mein vorteil war weil die alle noch im fahnmodus waren hallo ja äh entwügel scheiß trexminen die sind da reingelauscht also he nicht nicht wenn es irgendwo ist es wird über hier in der mitteilung Und ich werde ihn nicht auf meinem Schrappli. Willkommen, Willkommen. Ich liebe guests. Ich hoffe, dass ihr ein paar Jahre altes survivest. Ich meine, ein paar Jahre altes. Ich würde ein paar Worte geben. Wir haben so viel zu sprechen. Und keine Angst. Hey, wenn du für ein paar Zeit aufhören möchtest, dann gehe ich da. Dann gehe ich dich mit allen anderen. Wie sollte ich das unter einem Schrappli in einem Schrappli? Es ist immer mit Wasser. Mein Bruder müsste es da sein, um es zu schlafen. Okay, er ist unter einem Kalten vergraben. Wir werden es tun. Wir gehen. Ja, genau. Er ist unter einem Felsen vergraben. Wau. Ich weiß nicht, was das Gerät hier ist. Du hast es. Auf der Weg. Auf der Weg. Es gibt noch ein Gerät hier, das meine Aufmerksamkeit braucht. Ich werde es tun. Kaution. Hier ist ein Schrapp. Ich werde es hier. Mit Sicherheit. Kommen. Wie dieses Moment. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich werde es hier präsent. Kommen. Kommen. Wie dieses Moment. Kommen. Wie dieses Moment. Ich werde in der Zeit gehen. Ich werde nach dem destinationen. Ich werde. Ich habe ein Gerät von Explosiven. Vielleicht, ich werde das machen. Wir haben ein Verkauf. Ich bin in Bewegung. Ja. Ja? Wir gehen. Wir sind auf der Weg. Das ist eine Bank. Der Schatz soll unter einem Stein vergraben sein. Ja, das könnte jetzt hier sein oder auch woanders. Auf einer der Fahnen mitten im Weißland ist ein Schatz versteckt. Hinweis, der Schatz ist irgendwo in den Maisländern vergraben. Hinweis, weil der Schatz ist unter einem Felsen vergraben. Der Schatz ist unter einem Felsen vergraben. Du hast es. Wir gehen. Lass ihn weg! Natürlich. Du hast es. Ja. 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 Ich glaube, dann werde ich das... Ja. Ich reise schnell auf und runter, gucke, ob er da ist. Dann müsst ihr da jetzt nicht noch 10 Schritten mitmachen. Ähm. Lass ich mal gucken. Lass ich mal gucken. Die Frage ist, ist er da unten unter dem Stein oder ist er da oben? Was ist halt echt so jetzt die Preisfrage? weißt du was wir machen jetzt mal kurz ein schneller als ein tag 17 stunden ja sagt sagt mir jetzt nicht dass ihr müde seid bitte das ist sehr nervig weil die alle paar minuten immer erschöpft sind kommen ihr seid doch jetzt erholt ich hasse sowas ich hasse wir sind doch jetzt erholt danke man nervt nicht okay du hast schrott gesammelt das ist okay du hast welche echt zeitdruck wenn ich jedenfalls 16 kein geld mehr hast bist du weg also irgendwann kannst das spiel hat nicht schon endlich spielen ich gucke jetzt ob das sitzt das muss doch jetzt hier irgendwo sein oder das sieht doch gut aus ich habe ihn gefunden erst mal das das ist gut was haben wir denn hier testament des alten bauers wer nochmal wer das zeug findet soll zugucken dass meine dämlich nutzlosen verband nix in die griffe kriegen und wenn du mit mir verwandt bist ach sag ich dir nur dritte verdammter missack erstickt daran okay was kann ich jetzt damit machen das ist doch schon mal hier oben das ist diese ingame währung was haben wir hier was haben wir hier sehr schön verkaufen dann hat sich doch der ganze kreis unter allem mal ledig führungsqualität ja nice was ist denn das jetzt nein oh ich bin ich bin verletzt du scheißkerl ich wünsche ich hätte das nicht geschafft okay mit dem ich würde das kurzem runter wunsch ich bin schluck ich bin in los ich werde in ich werde ein klarer ich werde schlipp ich werde ich werde ich werde ich würde ihn jetzt gerne entladen schrott sehr schön was haben wir da hier ein buch wo man selten bekommt er hat schon stark ist uninteressant ja wir eigentlich nicht so verkehrt ja komm doch noch jemand der wo man auf den senkel gehen will hätte ich nämlich jetzt nicht mega geärgert das heißt die quest ist abgeschlossen das verstehe ich jetzt auch nicht warum das boot ist moment wo ist denn jetzt solchen ausbruch dass da immer es dort keine ahnung ist auch jetzt nicht so schlimm hat zwölf das ist noch das ist verbrauchen schatz nur da ist es das ist das mit dem hohen hier gott ist noch einiges offen das ist nicht mehr offen das kann man dann immer unten sehen was blauwerk müssen auch machen das ist das mit dem huhn verschwörung da müssen wir auch mal gucken diamanten museum immer gespannt wann die alle artefakte da hat das ist könnte auch so eine endlose mission sein war das mit dem tätig wer zeigt aber hier an man hätte es nicht geschafft oder irgendwas am und er aus dem doch ist es nur als komisch gesetz dass man flüchtling sagt das hätte man glaube ich können anders dann noch irgendwie machen wo es besser wäre oder so keine ahnung das muss man auch noch machen das piratengott will ich auch noch machen ja das ist das die hauptmission jaja gut ok dann hätten wir das alles dann hoffe ich dass die jetzt hier zurückweisen können das haben wir das haben wir das dann würde ich nämlich jetzt sogar sagen wie erschöpft die sind schon wieder erschöpft ok dann machen wir folgendes dann haben wir jetzt hier komplette heilung komplette heilung ich werde das machen ich fühle mich, dass es gute magie gibt in diesem bandage in der zeit stammeln wir schrott ja eure aufgabe ist einfach nur schrott stammeln so dann machen wir noch ganz kurz die verträge ok okay Ivan contract expired my contract be almost up man that's right i'm a busy girl and there are a lot of people sorry to say it man i just remembered when my con my time's almost up i don't know how to say this yeah i don't know how to say this so wir haben eine laufbose wir haben einen schrott ähm hup ja das passt doch alles und weiter so wo wollt ihr hin c7 müssen wir gucken dass wir vielleicht mal die diamanten da abfangen das wäre vielleicht mal eine idee ähm so gucken wir uns gleich mal an was die gemacht haben ich habe es, wir starten jetzt erst mal checken ok derzeit kannst du auch nicht stacken naja oh die sollen einfach weiter sammeln darüber müssen wir jetzt keine gedanken mehr machen haben wir denn erhöhte geschicklichkeit was erhöhte geschicklichkeit oh das ist eine feitschaft die sieht man auch selten und eine zeitschaft mit zwei kraftstand die haben wir ja auch noch das machen wir alles dann später so ähm wie sieht es denn aus mit euch diamantenlieferung das scheint jetzt alles wieder zu laufen richtig gut können wir dann jetzt bitte was ist denn hier euer scheiß problem von was bist du erschöpft du hast gar nichts gemacht so was regt mich echt auf sieben stunden noch okay kommt ja wenn ihr unbedingt sterben ich bin begeistert wenn sie jetzt ankommt und sie wieder schöpft kann ich sie wieder ausruhen lassen die häfen da müssen zugemacht werden da muss jetzt endlich spur rein kehren so hier sind wieder erschöpft war ja klar aber moment mal die können hier behandlung im krankenhaus hält man hier auch machen können aber hätte ich nicht durchgekriegt so lange ok ruht euch aus irgendwas noch hier in das gebiet waren weil das habe ich noch nicht erkundet ja drückt doch drückt doch da drauf so gucken wir uns das jetzt auch noch an dann gehen wir noch hoch dem bald ich wollte es eigentlich umgekehrt machen aber wir reiten ein paar minuten und das will wahnsinn 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 ja die verletzung kriege ich eigentlich durch nur dummheit wir haben wieder eine schnitzeljagd wir haben wieder eine schnitzeljagd wir haben 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 eine schnitzeljagd das haben wir auch schon erkundet ok das ist noch nicht dann gehen wir als nächstes in das gebiet und dann hierüber direkt und wenn wir das dann haben dann ab runter ins krankenhaus krankenhaus kreis mal anmachen die geht ja automatisch reingehen und daher gut dann haben wir jetzt die quest hier fertig haben wir den außenposten geholt außenposten erobert h14 wunderbar dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder leute und dann geht es weiter und ja in den kämpfen klappt das hier alles wunderbar jetzt vielleicht nur noch das mit dem ein bisschen aufpassen wo man hinläuft und dann klappt das wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann und ciao